Ausgangspunkt ist diesmal ein Einkaufszettel, der auf Twitter gepostet wurde. Milch, Schwarzbrot und gleich zweimal Haferflocken, aber in unterschiedlicher Schrift. Der sehr schöne Grund dafür, das Kind sollte Haferflocken zart und grob auf den Einkaufszettel schreiben. Die Mutter bezieht sich auf den Produktnamen, Haferflocken zart. Hier wird das Adjektiv nachgestellt, was im Deutschen sonst unüblich ist. Hier haben wir die übliche Gebrauchsweise des Adjektivs, also vorangestellt und flektiert. Das Missverständnis wäre also nicht entstanden, wenn die Mutter von zarten und groben Haferflocken gesprochen hätte. Adjektive können in drei verschiedenen Funktionen vorkommen. Attributiv, das schnelle Auto, Prädikativ, das Auto ist schnell und Adverbial, das Auto fährt schnell. Mit der Unterscheidung zwischen dem Attributiven und Adverbialen Gebrauch können wir das Missverständnis genauer auftröseln. Das Kind hat aufgrund der ungewöhnlichen Stellung die beiden Adjektive nicht attributiv zum Substantiv Haferflocken interpretiert, sondern adverbial, also das Verb schreiben modifizierend. Die unflektierte Nachstellung des Adjektivs kommt aber gerade bei Produktnamen häufiger vor. Trauben kernlos, Joghurt mild. Den Grund für diese Form der Nachstellung sieht Christa Dürscheid in der Informationsgliederung. Das Substantiv, das Produkt, soll in den Vordergrund gerückt werden. Das Adjektiv hat einen niedrigeren Mitteilungswert, ist nur ein erläuternder Zusatz. Wie häufig auch in der Gestaltung der Etiketten sichtbar gemacht wird. Deshalb wird in Produktnamen also häufig auf die übliche Stellung verzichtet. Aber früher war die Stellung von Adjektivattributen noch freier. Das sehen wir in althochdeutschen Texten, beispielsweise im Hildebrandslied. Hier kamen die Adjektive noch oft in postnominaler Stellung vor, also nach dem Substantiv. Aber schon damals waren die pränominalen Adjektivattribute in der Mehrzahl und setzten sich durch. So wurden die Adjektive in die sich herausbildende Nominalklammer zwischen Artikelwort und Substantiv integriert. Damit ging einher, dass die Formen flektiert wurden. Wobei es zum Teil auch unflektierte Formen gab. Das haben wir noch erhalten in Aufgutglück oder Ruhigblut. Im Mittelhochdeutschen verfestigt sich die Regel, dass die Adjektive vorangestellt und flektiert werden. Dennoch finden sich auch hier noch Belege für die Nachstellung, allerdings nur in gebundener Sprache. Also in Versdichtungen wie im Nibelungenlied. Hier haben wir die Helden Loppe Bären. Gerade in Dichtungen hat sich diese Nachstellung noch länger gehalten. Ein schönes Beispiel ist das Lied Hänschen klein oder aber auch Goethes Röslein rot. Martin Opitz beschwerte sich über das üble Aussehen der nachgestellten Adjektive. Er nimmt hier das Mündlein rot als Beispiel. Aber wie gesagt war die Voranstellung abseits der Literatursprache schon im Mittelhochdeutschen die übliche und unmarkierte Form. In anderen Sprachen ist das übrigens anders. In romanischen Sprachen wie beispielsweise im Italienischen ist die Nachstellung üblich. Die Adjektive werden hier dann auch flektiert. Bei manchen häufigen Adjektiven wie etwa Grande ist allerdings auch die Voranstellung möglich. Man kann also bei Attributen zwischen der pränominalen und der postnominalen Stellung unterscheiden. Das gilt natürlich nicht nur für Adjektive. Genitivattribute werden heute üblicherweise nachgestellt. Interessanterweise hat hier die gegenläufige Entwicklung zu den Adjektiven stattgefunden, denn sie wurden früher noch pränominal gebraucht, wie man auch an alten Wendungen sehen kann. Und an Eigennamen, hier haben wir auch heute noch die Voranstellung. Aber nochmal zurück zu den postnominalen Adjektiven. Sie sind auf Produktbeschreibungen bzw. Titel im Allgemeinen beschränkt. Hier haben wir das Buch Deutschdiachron, das ich auch als Quelle benutze. Und ich muss wirklich gestehen, erst im Laufe der Arbeit an diesem Video ist mir aufgefallen, dass mein Kanal ja auch ein postnominales Adjektiv hat. Man muss aber sagen, solche Nachstellungen werden selten in einen Satz eingebettet und kommen allgemein selten in der gesprochenen Sprache vor. Bei dem Haferflockenbeispiel war das wohl deshalb so, dass hier der Einkaufszettel vorgelesen wurde und eben der Produktname genannt wurde. Es gibt allerdings auch einige wenige Adjektive, die auch im Satzzusammenhang häufig postnominal verwendet werden. Zum Beispiel pur, wie hier in Merkel macht Wahlkampf pur. Sören Stumpf hat dazu eine Korpusauswertung gemacht. Bei bestimmten Substantiven kommt pur fast nur postnominal vor, also zum Beispiel Stimmung pur, statt pure Stimmung. Auch satt wird häufig nachgestellt, wie hier Bundesliga satt. Die Adjektive haben hier eine intensivierende Funktion. Und wenn Sie Linguistik pur wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Kanal. Und wenn Sie Linguistik pur wollen, dann werden Sie gerne jemanden getrennt. Und wenn Sie Linguistik pur sind, dann wieder Entschuldigung. Vielen Dank.